Also ich denke, das ist so ein Protest von den Bauern, anders verstehe ich es nicht, aber da hört mein Verständnis jetzt langsam auf, muss ich ehrlich sagen. Ich kann verstehen, dass die Bauern dafür protestieren mit den ganzen Blockaden, das habe ich alles verstanden, aber jetzt hier Mist vor und Netto zu schütten, das ist unter der Gewinne. Damit verliert man glaube ich viele Menschen, die Verständnis hatten und die auch tolerant waren. Ich bin selbst ein Bauernkind, ich weiß, was es bedeutet, einen Hof zu haben oder zu arbeiten, aber ich glaube, da haben sie eine Grenze überschritten. Ich bin selbst ein Film an, ich bin selbst ein Film an, ich bin selbst ein Film an.